Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um das Gegenstück zum Specific to General Algorithmus, nämlich den General to Specific Algorithmus. Den könnt ihr genauso gut verwenden. Wir hatten uns letztes Mal hier einige Daten angeguckt, hier sind sie, und hatten gesehen, was die möglichst allgemeine Hypothese ist. Nämlich zu diesen gegebenen paar wenigen Daten haben wir hier rausgefunden, dass uns alles gefällt an Filmen, aber es darf keine Romanze sein. Gut, heute machen wir das Gegenstück, und das mache ich jetzt einfach mal, ich kopiere das hier runter, irgendwo anders hin, brauchen wir gerade nicht, und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze General to Specific aussieht. Bei General to Specific initialisieren wir unsere Hypothese einfach mal mit Os, das heißt, uns ist jeder Wert recht, es darf immer alles erlaubt sein, also wir nehmen einfach mal an, dass uns jeder Film gefällt. Problem ist natürlich hier, dass wir schon festgestellt haben, wir dürfen auf keinen Fall eine Romanze haben, weil sonst gefällt uns der Film nicht. Okay, und jetzt schauen wir uns die an, die uns nicht gefallen, nicht die, die uns gefallen, das machen wir bei dem anderen Algorithmus, sondern die, die uns nicht gefallen. Okay, das heißt, wir haben hier nur zwei Beispiele, und das wäre der hier, und das ist der andere. Wir schauen uns also an, hier Komödie, aha, das heißt, es muss, es darf nach dem ersten Schritt keine Komödie sein, denn das gefällt uns ja nicht in diesem Fall, es darf kein Actionfilm sein, äh, es muss ein Actionfilm sein, dass es uns gefällt, und es darf kein Drama sein und keine Romanze. So, das wäre sozusagen, äh, komm schauen, okay, das wäre sozusagen das negative Gegenstück zu dem hier, denn wir wollen ja am Ende rausfinden, was uns gefällt. Das heißt, wir drehen das Ganze jetzt um. Übrigens, Pseudocode gibt es heute auch nicht, den dürft ihr euch selber erarbeiten, ist aber, glaube ich, nicht so schwer nach letztem Mal. So, jetzt sehen wir uns das zweite Beispiel hier noch zu Herzen, und sagen, okay, dieses Mal hatten wir keine Komödie, aber es hat uns trotzdem nicht gefallen, das heißt, hier ist, ähm, kein Wert erlaubt, also sagen, oh, warte, ich schreibe es in die neue Zeile, dann erkennt ihr auch die Zwischenschritte, okay, das heißt, wir haben hier ein N, also kein Wert erlaubt sozusagen. Gut, wir hatten immer noch keinen Actionfilm, das heißt, es muss immer noch ein Actionfilm für uns sein, unbedingt, sonst gefällt es uns nicht, und, ähm, wir hatten dieses Mal wieder ein Drama, aber, das heißt, wir wollen immer noch keinen Drama haben, das heißt, Drama gefällt uns immer noch nicht, ich lerne es nie, okay, und wir hatten wieder eine Romanze, Romanze gefällt uns offensichtlich auch immer noch nicht. So, und jetzt sind wir hier mit dem Ding schon fertig, wir sind quasi schon durch, denn wir haben ja nur diese zwei negativen Beispiele, und wenn wir uns das jetzt mal angucken, ich kopiere das hier mal in die nächste Zeile, so dass wir uns die beiden Hypothesen mal angucken können, normalerweise führt man nämlich beide Algorithmen parallel aus, und schaut dann, wie man die zusammen vereinen kann, das heißt, wir haben als Ergebnis von, äh, General to Specific, das Ergebnis hier, es darf weder Komödie sein, noch darf es keine Komödie sein, was natürlich ein bisschen schwierig wird, ähm, es muss ein Actionfilm sein, es darf kein Drama sein, und es, äh, darf keine Romanze sein. Das war das Ergebnis von General to Specific, und der Specific to General Algorithmus hat gesagt, egal Komödie oder nicht Komödie, ist egal, ähm, egal ob Action oder nicht, egal ob Drama oder nicht, aber bitte keine Romanze. Das heißt, was wir hier am Ende rauslesen können, in beiden Fällen ist keine Romanze, und jetzt haben wir vielleicht noch so eine Präferenz, es sollte vielleicht möglichst kein Drama sein, und möglichst ein Actionfilm, und bei der Komödie haben wir absolut keinerlei Sachen, also die, äh, geben sich irgendwie nichts, ähm, das heißt, hier hat man irgendwie keine Information über das erste Attribut, da müsste man jetzt noch mehr Beispiele finden, ähm, und hier hinten, ja, da müsste man auch, äh, vor allem hier müsste man mehr Beispiele finden, um vielleicht noch mehr Aussagen über, äh, die Attribute Action oder Drama sagen zu können. Aber hier kann man auf jeden Fall sagen, keine Romanze, und jetzt kann man sich entscheiden, okay, wie möglich, ja, ist es möglich, dass es kein, äh, dass es ein Actionfilm und kein Drama ist, dann ist es besser, denn das stimmt ja auch mit dem überein, also hier drin steckt ja auch Action und kein Drama, aber kein Action und Drama steckt hier oben zum Beispiel nicht drin. Okay, und am Ende sehen wir, wir haben mit der optimistischen Version angefangen und haben das pessimistischere Ergebnis gefunden, wohingegen wir hier mit der pessimistischeren Variante, das kein für ein gutes Ergebnis liefert, was optimistischeres gefunden haben. Okay, jetzt könnt ihr natürlich, wie gesagt, hergehen und sagen, ich vereine die irgendwie, aber das bleibt dann euch überlassen für den jeweiligen Anwendungsfall. Gut, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ähm, um genau zu sein, möchte ich, doch, ich möchte noch ein bisschen was loswerden, und zwar hier drin stecken eigentlich mehr als nur eine Hypothese, sondern gleich, ähm, acht Hypothesen. Das heißt, die erste Hypothese ist, dass uns, ähm, Drama gefällt und Action gefällt und Komödie gefällt und es darf keine Romance sein. Das liefert gut. Also es sind acht Sachen hier auf einmal drin. Ihr könnt es gerne mal durchgehen. Es gibt acht Möglichkeiten, das hier zu belegen. Wohingegen das hier oben liefert mir keine einzige Hypothese. Ähm, dadurch, dass hier vorne eben dieses N steht. Okay, ähm, eine Sache auch noch zu diesen Daten. Hier muss es nicht immer wahr oder falsch sein. Also es muss nicht immer Komödie ja oder Komödie nein sein, sondern es kann auch sowas sein wie, keine Ahnung, zum Beispiel Wetter ist windig oder sonnig oder bewölkt oder regnerisch oder sowas oder es donnert oder es blitzt oder so. Ähm, ihr könnt hier durchaus mehr als nur diesen einen Wert haben und dann, ähm, nach den Werten verallgemeinern. Okay? Ähm, aber ansonsten, in den allermeisten Fällen werdet ihr ohnehin hier bulsche Werte haben und dann mit bisschen Logik rangehen. Okay, das war's, wie gesagt, schon wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.